moin moin meine lieben freunde und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten part von splinter cells blacklist wir waren das letzte mal stehen geblieben haben hier ja ja nicht letzten part ja entschuldigung ich war hier gerade ein kleines bisschen perplex und aufgeregt weil ich benutze hier gerade ein neues aufnahmeprogramm obs ist mir leider mit den aufnahmen momentan abgeschmiert ich kann da leider nichts dran machen kann auch nix dran helfen da tut mir ziemlich ziemlich leid mehr schuss kommt her kommt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Die ist leer. Die Bombe wurde schon in den Druck verlagert. Okay. Dann gucken wir jetzt mal weiter hier. Das hatten wir schon. Entschuldigung. Hier war doch noch einer von denen gewesen. Dann können wir da auch noch mal ein bisschen Muni holen. Achso, das war die Goblin. Okay, 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 okay. Okay. Ja gut, da kam sie jetzt auf einmal. Wieso es dafür nicht so den Shortcut gibt? Ich probiere es jetzt mal hier so ein kleines bisschen Stealth durchzulaufen. Und die dann zu erwischen. Wird aber schwierig werden. Sehr, sehr schwierig. Jetzt heißt es warten. Tut mir leid dafür. Hier ist es noch eine Tür. Dann überschaffen wir uns doch jetzt mal einen kleinen Überblick. Vielen Dank. Okay, der läuft da rum. Gucken wir doch mal, wie denen seine Laufwege sind. Ja, ich weiß, ein kleines bisschen Stealth und was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich habe Probleme mit OBS gehabt. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier so ein kleines bisschen vorankomme. Ja, ihr habt Gesellschaft. Ja, das ist ein kleines Scherf. Okay, klettern wir. Okay, dann warten wir hier jetzt mal, denn hier sind wir ja am sichersten. Momentan Du auch nicht, mein Freund Hm Wo ist der nur? 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 Ah, und alles nur für eine Bombe. Da, wo wir ja einen kleinen Screenshot noch brauchen. Das ging schnell. Verstanden. Zum Ring-Lock-Schuppen. Oh. Nein, Charlie versucht ihn durch Triangulierung zu orten. Haltet mich auf dem Laufenden. Briggs, die letzte ist dem Ring-Lock-Schuppen. Bin gleich da. Ich muss zum Ring-Lock-Schuppen, bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Birne weg postet. Wie machen wir das hier am besten? Hm? Okay. Ja. 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 Alles klar. Alter, wie kann er mich da noch erwischen? Ich werde ihn verletzen. Verdammt! Das wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Okay, alles klar Die haben wir dann schon mal Aber Leute Ich würde sagen, das und mehr sehen wir in der nächsten Folge Ich weiß, scheiß Cuts und so, ich bedanke mich fürs Zuschauen Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin Macht es gut und tschüss